Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Dossier, was wir uns heute anschauen wollen. Und zwar geht es um den Lied Sigthys. Er ist ein Fischfresser vom Temperament her defensiv und ihr könnt ihn weder zähmen noch reiten. Der Lied Sigthys ist wahrscheinlich der größte Fisch, der im Meer herum der Insel zu finden ist. Überraschenderweise ist sein Fleisch aufgrund seiner Größe extrem saftig. Es wird oft mit demselben Wert wie Prime Meat gehandelt und wird umgangssprachlich auch Prime Fish genannt. Natürlich ist nicht all sein Fleisch von dieser hohen Qualität, aber das meiste davon. Trotz seiner Größe und dem Fakt, dass er stark genug wäre, um schweren Ballast zu tragen, erscheint der Lied Sigthys nicht intelligent genug, um gezähmt zu werden. Nichtsdestotrotz halten sich einige große Tribes ein großes Gehege mit ein paar Lied Sigthys für kultivierte Zwecke. Man kann mehrere Stücke Prime Fish wiederholt von diesem enormen Biest kratzen, ohne es zu töten. Während die Nachfrage für sein Fleisch sehr hoch ist, ist der Lied Sigthys bekanntermaßen schwierig zu finden und zu jagen. Aufgrund seiner Größe, seiner starken Attacken, seiner unglaublichen Geschwindigkeit, wenn es flieht, und der menschlichen Ungeschicklichkeit auf Ort und Wasser, ist es aktuell eine der schwierigsten Aufgaben auf der Insel, einen Lied Sigthys zu töten. Die Jagd nach einer extremen, unglaublichen Rasse dieses Fisches, dem sagenhaften Great Albino Lied Sigthys, hat schon so manchen sonst vernünftigen Mann oder vernünftige Frau besessen gemacht, so als ob alles übel sichtbar personifiziert und angreifbar wäre in dieser Kreatur. Und dann, wenn es die Kreatur ist, dann geht es um die Kreatur.